Nun ist er also weg, der Lauch, und alles jubelt. Dann geht ... Horst Seehofer auch. Seine Augen ganz feucht, steht traurig darum, ist ... ... menschlich enttäuscht. Doch sein eigenes Ende fällt ihm schwer, geht immer weiter. Dieses Hin und Her. Drum bleibt Horst, der Bayer. Ein Innenminister, der seinen Job nicht kann. Und die Leute auf den Straßen sangen ... Mensch, wäre er vielleicht gleich mitgegangen. Und nun schlechte Nachrichten von der SPD. Man sieht jedem an, dass er Sozi ist, mit hängendem Mundwinkel. Ach, keine Sorge, damit ist es nun vorbei. Hier sind Andrea Nahles und die Gute-Laune-Kapelle mit ihrem Motivationsschlager. Seit an seit durch die Krise eng und beieinander und zueinander stehen. Und jetzt Ruhe bitte für den sozialdemokratischen Stanzenstadel. Wir haben uns heute hier untergehakt, wir werden uns öffnen. Wir diskutieren, wir haben viel zu tun. Wir setzen auf die Kraft des Zusammenhalts. Wir wollen's wissen, dann setzen wir uns zusammen, dann diskutieren wir das. Darüber haben wir eben auch abgestimmt. Grundsatzdebatte, Diskussionspapier, das ist die SPD. Jawoll, die Fans an der Basis sind begeistert. Diese ganzen Floskeln kann man ja fast wie so ein Bullshit-Bingo runterspielen. Vielen Dank. Danke sehr. Bitte sehr. War sonst noch was? Ach ja, dieses interne Gutachten der AfD, damit die nicht vom Verfassungsschutz beobachtet wird, seien künftig ... ... extremistische Reizwörter wie Umvolkung, Überfremdung, Volkstod oder Umerziehung zu vermeiden. Super Empfehlung, dann hören sich Gaulands Reden bald so an. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich. Applaus ...